Hallo, ich bin Dumme. Hi! I'm Dumme. Ja wärst du gerne. Nein. Dann wär ich ja dick. Achso. Ich bin nicht derjenige, wenn uns der Triplekin hat. Ich auch. Ich hab nur ein Doppelkin. Aber kein Triplekin. Ich nicht. Der Triplekin. Weil mein Gesichtgefühl das muskulöser am Körper ist. Stimmt. Stimmt. Und die Beine vom Radfahren damals. Meine Eier jucken. Kann man da helfen? Frag deine komische dicke Sau da. Die macht das echt. Kannst du meine Eier jucken? So kommen. Please. Okay. Do you jucken meine Eios? Mach ich. Super. Please. Gib ihm den Schuck. Mit dem Wurstfinger. Da, da. Super. Super gemacht. Das war unklunges. Oh. Jetzt hab ich steif ein bisschen. Do you mean do you clean? Der Domme will aussehen. Schliegen. Ne. Oh ja. Baby. Hilfe. Hey, die haben alle Bilder geändert. Ist euch das mal aufgefallen? Wo? Habt ihr das schon gesehen? Alle. Also in der Dunkel fällt mir leider nichts aufzubeleiten. Die haben eure so richtige Fotos genommen. Ja. Ja. Hier hinten auch. Ja. Das sind echte Hunde und so. Ja. Das ist ja Sky. Kinderzimmer. Ich hab Sky gefunden. Kinderzimmer. Oh. Oh. Schönsten kratzen eure Digger. Europäische. Nee. Britische. Schöner Kinderzimmer. Ja. Die Britischen, die sehen alle gleich aus, ne? So Gesicht. Und Sky ist einzigartiger. Na Sky? Baby? Die ist hässlich. Die will ich nicht mehr sehen jetzt. Guck mir nicht so. Fotze. Na grad ist sie hässlich. Gegen so zu den anderen. Guck mir nicht so an. Guck mal wie sie mich anguckt. Fotze, Alter. Der macht die Kerze aus. Die ganze Zeit. Schon zweimal. Guckst du mich noch? Hm? Dumme Fotze, du. Hm? Ops, hallo. improved manor. Wo steh denn der? Hier draußen steht der. Es ist süß. Der steht irgendwo an der Wand der Peach. Der ist eh mehr 4. Er war am Ende. Das Alter ist der kleine Mann Habt ihr den Essen gegeben oder was? Ja Ui Schmeckt's Schmeckt's Das Geister Das Geister Limit Das ist der Beste, der ja Oh, der wird böse, der Geist Ja, schön für ihn Nach dem Challenge, der Geister Spiele Im F5, sag doch was du Speckmanns Das war gruselig Das war gruselig Gruselig Dots oder Dots oder Unge Parameter Also Orb Ich wollte schon sagen UV-Licht, Junge Was haben wir jetzt noch? Orb und EMF5 hast du gesagt Ja Entweder Ultraviolett Dots oder Dots Nein, Clocks Wir könnten das Wir haben ja gar keinen Strom Wir können das nicht testen Können wir nicht, Lulu Guck Ob es ein Raichu wäre Wir schauen jetzt einfach mal Ob Dots sind und wenn es keine Dots sind, dann Die Lieblings-Fotze Ja, können wir easy checken Kanwagori ohne Oh, Raichu haben wir Das können wir doch auch easy checken Ungekehrt los Ah doch, mit den Dotsprojektoren, die sind Strom Ja und unsere Kuh auch Kugelparameter Ja ja, da passt Du musst ja das machen Wir müssen doch das andere Spiel spielen Wenigstens mal zehn Minuten oder so Aber man kann doch Rauch holen Oder wie macht's zusammen, egal Was macht denn der eigentlich, da für ne komische vierarmige Krake, ihr Fettsäcke haben an einer Tür zu? Ich mach was anderes Ja Speck und Stick Mein Stick kommt hier Passiert jetzt mal was hier oder was? Hören, hören, hören Nein, der ist gleich schnell Der ist auch nicht im Raum Er läuft im Flur und da hast du doch was hingelegt, oder? Nein, alles ist im Raum Oh, der hat einen Speed gehabt Hast du gehört, der hat einen Speed gehabt? Leise Ich leg das Zeug nochmal aus, halt Gar kein Thema, Bro Wir legen es mal in den Flur Ich bin mir jetzt nicht Leg nochmal eins hier hin, wo er hier vorbeiläuft Ja, super Ich bin mir jetzt nicht sicher Geh wieder rein, Schatz Das ist der Unge Parameters Muss er nur noch handeln Muss er nur noch handeln Was kennen hier? Aptung Ne, der ist normal Dann ist es nur Barke Dann ist es nur Barke Nee, das nochmal Hey, mach, 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 Schatz Schde ich von dem Weg, schde ich mal gerade hin Schatz Ich kann hier nicht interagieren Gut, raus Warte mal, der hat Musikhörn gemacht Domme, deine LKW wird verschmutzt Hier, einmal Salz Ich kann mal eigentlich mal wieder anfangen, oder nicht, die wöchentlichen Sachen zu machen Ja, voll Ja, aber für heute reicht es am Ende Ich sag ja auch wöchentlich Ja, klar Aber die neue Map gefällt mir, die hat was Die ist geil, sehr cool Auf der habe ich dann Auf öfter Bock Ach